Ahoi Leute und willkommen zu einem neuen Part von Minecraft Megamine und ich glaube ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen in den Nether und farm ein bisschen was. Bin gerade runtergefallen und hier liegt verrottetes Fleisch. Alter, ich merke mein Spiel gerade. Sorry, das tut mir wirklich leid. Tut's dir nicht. Ich weiß, was wissen die doch nicht? Ähm, Jörg ist wieder dabei, wie immer. Und bis auf meinen letzten Part? Ich hab' noch keinen Parton, ohne ich aufgenommen, ohne zumindest ein von euch, ich hab' keinen Parton, ohne. Iii, wie soll die Schweinegolden? Oder das hier zumindest. Es gibt verschiedene Schweinegolde, ich darf das Goldene, ich darf das Goldene, ich darf das Goldene, nein, es gibt viele Goldene Schweine. Ich will aber noch, Iii, dahinten ist noch eins. Iii. Denn es ist mir viel zu dunkel, eher wie immer Angst. Macht den Shader raus. Ich liebe den Shader. Dann werden die Videos kleiner. Ich glaube auch. Ach, Sand ist weg, ist jetzt ja ganz oben. Stimmt ja. So, dann brauchen wir viel Holzkacke nicht mehr. Aber wir... Oh, Birkmalz liegt hier sogar noch ein bisschen, so eine Handvoll. Okay, lange, aber ich leichte Frame-Anbrüche. Das ist schlecht. Nur ganz leichter. Soll ich die Schweine-Menschen töten eigentlich? Äh, nein, dann greifen nicht alle an. Wenn du einen tötest, greifen nicht alle an. Ich weiß. Das will ich auch, ich vielleicht. Ich würd's lassen. Äh, das brauch ich, das brauch ich nicht. Ich brauch ja ganz viel nicht mehr. Äh, verdammt lassen. Das brauch ich nicht. Das brauch ich nicht. Oh, die quieken so ekelhaft. Ich weiß. Will die töten? Ich... Alter, leuchtet das, ey, da wäre ich ein Blinde-Gute-Front-Tampons jetzt ein bisschen hässlich. Tampon. Tampon sieht super aus, sagt, es geht Tampon. Ich bin nicht Kirschi. So, und ich häng grad mal ein paar Lampen auf. Boah, ich hab's dieses Spiel, wenn's leckt. Jo, ich glaub hier einfach, wir müssen durch die Wände, vielleicht fände ich aber was Schönes. Grasblock. Ach, Glasblock, den sieht man hier gar nicht. Ja, ist sehr durchsichtig, viel Glas. Der ist cool. Jo, you got me. Der hat ein bisschen Never-Quarz jetzt wieder. Ne, der Quarz oder nicht der Warzen? Ne, der Quarz, das weiße Zeug. Schon klar. Drops. Scheiß da rein. Den Scheiß da rein. Solche Todesviele Bonemeal dabei. Und dein Flintensteel. Dass du nie witz wieder kriegst. Ich hab ja schon eigenen gemacht. Ich müsste. Hab ich nicht. Ach gut. Du magst die Birken ja eh nicht, ne? Richtig hässlich hier. Ich geh unsere Birken abfällen. Jörg, wo bist du eigentlich? Bist du noch bei... ...den Leuten? Das führt zu nichts. Was denn? Oh, leck. Ne, das was ich hier mache. Ich hab übrigens keine Ahnung, warum hier teilweise schwarze Blätter sind. Wo zum Teufel sind die Kartoffeln? Äh, die sind bei dem einen Haus. Das Einzelne steht hinten, wo so ein Kreuz als Pier ist, sag ich jetzt mal. Da sind die Kartoffeln, da haben wir die gefunden. Ja. Ich hab'n Diamant, weil ich töte einfach diese Schweine. Pff, du dreckiges Stück. Dann stirb wenigstens nicht in der Nähe von Lava und lass dich von Garsts erwischen. Ich hab'n hier keine Garsts. Ich will hier jemals keine. Ich hör's immer nur und dann hab' ich Angst. Ich hasse Garsts. Aua. So, falls ihr fragt, warum ich Birkenholz sammle, natürlich für unser Haus, für mein Haus. Äh. Ich mach das Spiel nicht, wenn's leckt. Oh, ich hab'n Garst gefunden. Und ich hoffe, ich hab' dieses Mal keine Bildfehler. Dann kotze ich nämlich im Quadrat. Ähm, ich hab' keinen Burgen mit. Dann wär' einfach die Schüsse von ihm ab. Also mit Blocken oder wie? Ne, einfach draufhauen. Wenn sie dich treffen würden, hau drauf. Sechs Vieh. Ich warte, du stirbst jetzt. Und das war's mit mir. Aua. Zu spät gehauen? Hier ist noch der erste Schacht, den ich mal gegraben habe. Ergast. Ja, guck mal, wer ist denn hier? Ist das hier der Freddy? Nein, irgendwo kann ich spielen. Scheißvieh. Wir haben jetzt erst mal genug Birkenholz. Und mein Spiel lag so extrem, dass ich manchmal glaube, es schmiert ab. Obwohl ich wirklich nichts im Hintergrund offen hab. Boah, alter. Ich glaub manchmal selbst schon nicht mehr dran, ey. Ich freu mich auf jeden Fall, soweit ich nur einen Rechner hab. Ich würd' wahrscheinlich nichts anderes mehr machen, als den ganzen Tag offen werden. Hallo Schweinebärzombie, ich töte dich. Schweinebärzombie? Ja, Schweinebärmannzombie. Ich weiß. Schweinebärmannzombie, äh, Elgor. Nazi. Das wär lustig. Ein Schweinebärmannzombie, äh, äh, Nazi. Nein, was? Ein Schweinebärmann, äh, Gor-Nazi-Zombie. Ich hab vergessen, wo ich gekommen bin. Ich würd' dich nie wieder raus. Nein, nie wieder. Dir ist klar, dass ich das lustig finde, oder? Was? Dass du ja nie wieder raus findest. YOLO. Boah, so zu bauen wird interessant. Ich stell mal meine Random Distance wieder ganz runter. Vielleicht mag er das doch nicht. Ich hab Nether Quartz gefunden. Immerhin etwas. Man kann weiter runter, als es angezeigt wird, wie neu ist. Wow! Kommst du inzwischen wieder raus? Hä? Kommst du inzwischen wieder raus? Ich brauch halt Nether Quartz, ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Achso. Ich wollt ja eigentlich mal gucken, welches Text-Japack installiere. Ich hab ja Honeyball angekündigt. Aber... Das Text-Japack gibt's gar nicht. Wieso? Weil die seit da... ...eins, vier Clients gemacht hat, glaub' ich. Also schon ewigkeiten lang, weil sie keine Lust hat, eins zu machen. Wieso mag sie dich nicht mehr? Nein, sie hat einfach nicht genug Zeit. Und das macht ihr momentan wohl auch nicht so viel Spaß. Sie müsste für die ganzen Text kriegen ja erstmal... Bla.. Bla... Bla... Entwicklersprache.. Bla bla.. Grafik, Gezuppel, Design, Fotzen, Zeigs. Freddy macht eine neue Text-Japack. nehmen, vielleicht die neuen Texturen, neue Bilder davon machen, das war's. Mach du mal ein Texture Pack, bitte. Von da hinten gekommen, vielleicht? Moment mal, hier hat mich der Gas angeschossen. Ich kopfe! Wieso, weil ich nicht rauskomme? Nein, weil die Stufen sich da und falsch setzen. Das hier ist übrigens das Texture Pack Chroma Hills, was Freddy auch verwendet, falls wir es noch nicht gesagt haben. Ja, das wurde mir empfohlen über den Shader, den ich benutze, und dann dachte ich so, egal, YOLO. Ich hab ja die letzten Parts, drei oder vier Stück, ja auch mit anderen Shader benutzt. Das war der Svex BT Craft, keine Ahnung. Oh, ich hab rausgefunden. Wow! Alter! Übertriebener Leck. Ich bin da fast runtergefallen, deswegen. Gut, das wäre wahr. Was? Gut. Ähm, es ist Nacht. Ja, kannst du schlafen gehen? Es ist 19 Uhr. Ja, kannst du schlafen gehen? Okay, du bist auf der Rückreise, oder? Warte mal, ich glaube, es war das Falschportal, oder? Shit. Dann musst du ja jetzt auch wieder zurückreisen. Ja, ist das Falschportal. Ich komm hier langsam so auf Kischi-Styles. Mal kurz ne 100-Chest-Hacken. Ach, da war so Stress in mir! Ja, da war es so aus. Was? Ach, übrigens, Freddy, die Zombie-Pigmen sind recht stark. Ehe? Zum Glück bin ich im Portalbereich gestorben. Ähm, du könntest du wahrscheinlich ziemlich gute Sachen dabei. Vielleicht hat's mein Diamantschwert mit einer Level-30er-Zauberung. Ich renne das aber nochmal hin, ich mein YOLO. Ich mein Diamantschwert ohne Verzauberung. Ich bin ja gerade erst gestorben. Wow! Auf einmal steht der Zombie vor meiner Tür. Ja, sonst hatte ich halt ein bisschen Atterquatsch an den üblichen Scheiß. Wow, 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 der kleine Zombie gab mich an. Ich kann ihn gar nicht so schnell schlagen, wie er läuft. Wie soll ich eigentlich so wenig leben? Ich hab doch heute voll gefressen. Ähm, ach ja, ich hab kein Ding noch dabei. Auf jeden Fall, Nachtfahrten sind auf jeden Fall unsere Stärke. Boah, lag das. Der Schweinebärmann hat mir eben gerade ohne Rüstung, äh, die Hälfte des Lebens abgezogen. Ja. Aber ich darf wirklich ein Goldschwert bekommen. Worth it. Für Goldschwert ja voll scheiße sind eigentlich, aber das kann keiner wissen. Sie machen ziemlich viel Schaden. Nein, die sind komplett nichts. Plus vier Angriffsschaden. Ich hab nur ne Eisenschaufel, fasst den Schaden. Dann weiß ich nicht mehr, wofür das war. Alter, wie so leckten das? Die sehen gut aus, das war's. Na du scheiße, wo bist du? Da ist einer von denen. So, ich wollte gerade... Ach, ich mach's jetzt Jagd auf die? Ja. So, ich lebe es wieder. Ich kenne die. Hat irgendwer das Holz hier rausgeklaut? Welches? Das Standardholz. Ja, woraus? Na, so küsst du. Da war keins drin. Ich hab da gerade welches reingeschmissen gehabt. Oh gut, der ist... Und ich hör mich übrigens die ganze Zeit selber. Ich weiß aber nicht warum, ich hab dich auf Kopfhörer. Ja, das ist voll nicht so gut bei dir. Ist eigentlich mitten in der Nacht wahrscheinlich, ne? Ja. Dann musst du ja jetzt schon wieder ein Speed-Part machen, wa? Ja, wahrscheinlich. Gut, dass der letzte nicht gerade erst heute gerendert worden ist. Warte mal. Oh, kacke. Ich hab hier auf meinem Dach noch gar keine Fackeln. Was? Warum ist ein... Warum ist ein dummes Skelett in meiner Hütte? Ach, weil da nicht ausgeleuchtet ist. Okay. Über alle Fenster hab ich zu, ne? Jetzt ist es 23, aber was mach ich jetzt noch? Ich hab grad beenden und warten. Schlaf gehen. Ha? Jörg, wie weit bist du inzwischen? Vielleicht kannst du schlafen gehen. Nein. Okay. Jörg, wie weit bist du? Nein. Einfach nee. Einfach nein. Ja, ich glaub ich mach dann hier den gleichen, äh, kurzen Cut und schwimm da schnell rüber. Bis gleich. Jo, bis gleich, Leute. Denk dann, du musst alles aufnehmen. Am Arsch! Ich wusste das noch nicht, wozu ich Lust hab. Du sagst, wir haben auch kein normales O-Code mehr. Dann bin ich jetzt am Arsch. Ich weiß gar nicht, ob ich viel Wege. Anscheinend schon. So, jetzt hab ich mal die Aufnahme gestartet. Aua. Machst du jetzt Speedrun, oder? Ja, muss ich ja, ne? Musste ja, ne? Oh, Alter! Dich, das ist schon wieder kaputt! Dann was? Boot? Ich mein, Boot, ich hasse diese, wir müssen die ganzen Lillipads hier, entweder ich schwimme einfach rüber. Wir sind ja nicht so weit. Bist du wahrscheinlich schneller mit, Joa. Alter, diese Lillipads sind richtig buggy im Multiplayer. Die sind immer so. Wirklich. Ach so, dass man Gegenschwimm die ganze Zeit an Hochspringen nicht rauskommt. Ne, das nicht. So, zack, zack, zack. Ich baue hier jetzt gerade erstmal das nächste Geschoss von meinem Dach aus. Wir sollten eine Eisenbahnstrecke hier hinbauen. Unbedingt. Nein, jetzt wirklich. Oder einfach den Neter fixen. Geht nicht. Doch, können wir. Wie? Einfach, äh, nach da, wo wir wohnen, rausbauen, sozusagen. Ja, dann mach das mal bitte. Danke. Okay, ich hab kein Dark Oakwood mehr. Ich hab kein Oakwood mehr. Ich bin gerade offiziell out of resource. Ich hab noch ein bisschen Oakwood wieder reingeparkt. Ich hab jetzt nicht reingeguckt, weil du gesagt hast, oh ja, Oakwood ist leer. Nein, der normales Hals ist leer. Aber ein bisschen, äh, Oakwood haben wir ja nur, also, äh, ungerendertes. Ungerendertes. Oh, da ist ein Creeper. Hallo Creeper. Du bist aber nicht Jörg, oder? Nein. Einfach töten, Miss Jörg, das würd ich ja schon sagen. Hi, der Creeper schleift unter mir rum. Hat ein schwuler Sack. Das war keine gute Idee. Jörg, was machst du? Shit. Ja, würd ich aber auch knapp sagen, wa? Weißt du, wo du gestorben bist? Das ist übrigens ein bisschen gruselig, über dem Creeper zu bauen. Deshalb werd ich den jetzt erst mal schnetzeln gehen. Wobei wahrscheinlich mein halbes Haus wieder in die Luft fliegen wird. Irgendwas hilft mir. Also nebenbei noch ein paar Schweinchen. Na, Kuh, hallo, Kuh. Wie geht's dir? So ein Wichser! Was? Er hat mein Haus in die Luft gesprengt. Ich stand tausend Blöcke davon entfernt und bam. Er explosiert einfach mitten in meine Fresse rein. Ich hasse Creeper über alles. Wieso müssen die Block Schaden machen? OnePyre, dafür mag ich dich nicht. Gott, ich hasse, der zerstört immer mein halbes Haus. Ich krieg nichts wieder von dem, was er zerstört hat. Wissen wir schon. Fast nichts. Ich hasse Creeper. Dreckigen Kreaturen, Alter. Lass uns irgendwann eine Creeper ausrottet machen, so. Endlösen Creeper. Das sind die Creeper ausrottet. Warte. Die Stimme hab ich gerade verkannt. Sorry. Wir müssen die Creeper ausrottet machen. So, besser. Nicht perfekt, aber besser. Och, wir haben ja noch ungewöhnertes Oakwood massenhaft. Ja, beim Lava-Serie. Ne. Dabei. Also in der Kiste. Anderthalb Stacks. Fast. Oh, was für Tag, was für Tag. Wow. Ich hab mich nämlich nicht nach hinten geguckt, ob da... Was ist das denn? Eine Geisterspinne? Ich bin da, Ii. Eine Geisterspinne. Ich hab mich irgendwie grad verlaufen. Ich hab mich nicht verlaufen. Ich hasse Creeper. Klar, auch nur dein Ein-Dark-Oak-Wood. Muss ich erstmal wieder ein paar Umfällen gehen. Ich soll Brandrodung machen? Sag's doch gleich. Ich schütte dich. Wieso? Du mit deiner Brandrodung. Dass dir ein Kumpel klappt. Du verstörst einfach in einem halben Wald. Aber ich wollte so viel frei haben. Ja, aber es war zeitweise außer Kontrolle. Es muss so. Ohne außer Kontrolle macht's ja keinen Spaß. Ihr dürft nicht so auf den... Beziehungsweise ich darf nicht so auf den Nether reisen. Ich hab keinen Punkt die ganze Zeit, das alles vorzuspulen. Kann ich verstehen. Aber... Die Sonne blendet so durch den scheiß Shader. Du meinst durch den geilen Shader. Ja. Hauptsache ich hab keine Setzgeräusche beim Pflanzen. Jetzt hab ich sie. Ich gehör's. Ernsthaft? Ja. Bist du scheiße. Warte mal, dann muss ich alles zetten, ne? Hm? Ich muss in die Richtung jetzt laufen. Komm, ein Zapping. Ich brauch noch ein Zapping. Ich find's in den Lohn und fließe. Zweitens. Ich hasse es. Na, ich war schon da. Na, ich lass bei dir. Ich hab kein Essen mehr. Ich versuch auf Tasche hier. 21. Guck. Porkchop. Wow, nein, 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 verpisst dich von meinem Haus. Jetzt bin ich da. Ich hab den Partkostel und kein Cuttrek gemacht, weil... Das ist einfach zu warm. Ich koch grad an und plötzlich... Ich kotze. Ich hasse Creeper. Ganz ruhig, ganz ruhig. Schön, dass es auch überhaupt nicht laggt, zum Glück. Boah, ich wollte dich grad schlagen, weil du ein Creeper bist, ey. Ich bin kein Creeper. Ich hab hier ein Stück... ...links gefunden. Hier. Kriegst ein Zaun. Danke. Hättest du noch aufbauen können. Ich hasse Creeper. Warum hast du grad Schaden bekommen? Weil ich von einem vier Blöcke hohen Ding runtergesprungen bin. Oh, wir haben jetzt Lampen. Teilweise, noch nicht alles. An jedes Haus kommt auch noch zwei. Gut, dass ich... Na Jörg, du hast jetzt keine Kartoffel mehr, oder? Hast du welche geholt, Freddy? Nein, ich war doch nicht da. Alles weg. Ja, du warst doch fast da. Ja, aber ich dachte, Jörg hat welche und der wurde erst später erschossen. Der wurde erschossen, als er gerade auf dem Weg war. Ja, und da war ich schon an Land. Wieder. Achso. Da hab ich schon was sprinten. Oh, shit. Das heißt, wir haben jetzt keine Kartoffeln mehr. Das heißt, wir müssen irgendwann ein paar Jahre mal in unsere Stadt einladen. Hey, hast du Lust rumzukommen? Aber nur für ein paar Kartoffeln. Ohne Kartoffeln gibt's hier keinen Einlass. Lass uns eine Kartoffelsteuer machen. Jeder, der unsere Stadt will, muss Kartoffeln blechen. Dein Part ist vorbei. Ganz oft. Ja, ich hab ja vorgespielt. Das heißt, ich hab jetzt vor 5 Minuten noch reichselt. Ich nehm schon mal ein bisschen was für das Nächste auf. Bis dann.